Wie jedes Jahr haben wir die Hockenblogger unseren Familienausflug gemacht. Und das ist immer eine sehr lustige Sache. Denn aus unseren Familienausflug redet nur jemand. Und das bin ich. In diesem Jahr sind wir ausnahmsweise mal nicht auf das Argas gefahren, sondern auf Zürich. Zürich ist im Fall mega schön hier.